Ja, geschätzte Medienschaffende, liebe Alex Bristol, er ist CEO von Sky Guide und liebe Olivier Buchhofer, er ist Pilot und Geschäftsleitungsmitglied bei der Swiss, liebe Markus Traber, er ist Chefamt für Mobilität und sitzt da in der ersten Reihe. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Medienkonferenz. Jedes Jahr, Sie kennen das, präsentieren wir Ihnen in diesem Zeitpunkt den Flughafenbericht und damit auch der sogenannte Zürcher Fluglärmindex, der ZDFI. Während der Corona-Pandemie, man hat das Gefühl, es sei schon ein bisschen länger seither und wir sind alle froh, es ist vorbei, aber trotzdem muss ich sagen, nochmal in Erinnerung gerufen, während der Corona-Pandemie ist die Luftfahrt, auch am Flughafen Zürich, fast stillgelegt gewesen, es war ein richtiges Grounding, kann man sagen, grösste Krise der Luftfahrt und der Lärm und der ZDFI ist natürlich in den Hintergrund gerückt. Der Richtwert des ZDFI ist darum auch schon zweimal pandemiebedingt deutlich unterschritten worden. Und meine Damen und Herren, ich nehme es jetzt auch gerade vorweg, auch im 2022 ist der Wert unterschritten worden, deutlich. Ich möchte kurz etwas sagen zum Ablauf der Medienkonferenz. Ich werde dann ein paar Ausführungen machen zu den Entwicklungen des Verkehrsaufkommens, zum Fluglärmcontrolling, zum Strategiekontrolling und dann wird der CEO von Skyguide, der Herr Bristol, quasi einen Blick in den Tower der Skyguide werfen und Ihnen auch aufzeigen, wie ein komplexes Pistensystem am Flughafen Zürich heute ist mit den verschiedenen Betriebskonzepten. Und dann dürfen wir auch noch einen vertiefteren Blick werfen in das Cockpit am Flughafen Zürich von einem Swiss-Pilot und Geschäftszeitungsmitglied von Herrn Oliver Buchhofer. Und zum Schluss, selbstverständlich, haben Sie dann die Möglichkeiten, auch noch Fragen zu stellen. Also, steigen wir ein in die Entwicklung vom Verkehrsaufkommen am Flughafen. Zur Erinnerung, 2019 sind 31,5 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich gereist. Und dann ist eben der Einbruch gekommen, die Pandemie ist gekommen auf 8,3 Millionen Passagiere im Jahr 2020 und 10,2 Millionen Passagiere im Jahr 2021. Und im letzten Jahr hat ja die Corona-Pandemie zum Glück dann ein Ende gefunden. Per 1. April 2022 ist ja die besondere Lage und damit auch die letzten Massnahmen vom Bund sind aufgehoben worden. In den ersten drei Monaten von 2022, das muss man einfach wissen, sind wir noch in der Pandemie gewesen. Also in dem Berichtjahr 2022 haben wir auch noch Pandemie gehabt. Und das zeigt sich natürlich auch an den Verkehrszahlen. Die Anzahl Passagiere sind dann nach der Pandemie aber, und das ist jetzt wichtig, in den ersten Monaten schon sehr, sehr schnell von 15'000 Reisenden pro Tag auf Spitzentag mit rund 90'000. Reisenden angestiegen. Und ich möchte einfach, dass Sie das bedenken, die unglaublichste, schnelle Ansteigen und von der Reisetätigkeit, wo man auch mit Herausforderungen verbunden war und wo wir auch später noch werden reden, in der kürzesten Zeit von 15'000 Passagieren auf 90'000 Passagieren. Aber was heisst das? Das heisst, dass die Reiselust, meine Damen und Herren, die Reiselust, die ist schlagartig. Das kann man sagen, vielleicht ein bisschen unerwartet, weil man es so schnell nicht erwartet hat. Aber sie ist schlagartig bei der Zurückkehrt. Und das hat natürlich die ganze Luftfahrtindustrie vor grosse Herausforderungen gestellt. Man kann sagen, von der grössten Krise der Schweizer Luftfahrt ist sie in eine extrem rasche, grosse Nachfrage gestiegen. Und das war ein riesiger Kraftakt, das möchte ich wirklich sagen, den man bewältigen musste. Ich glaube, das ist selbstredend, wenn man die Zahlen sieht. Die Bodenabfertigung und die Fluggesellschaften haben mit grossen Personaleinpassen gekämpft. Das hat zu verlängerten Wartezeiten, Gepäckstaus und auch bis und mit Streichungen von Flugzeugen geführt. Vor allem im Sommer 2022, wo ja dann Schweizerinnen und Schweizer sehr gern in die Sommerferien verreist sind. Ich möchte auch noch ein Wort zur Fracht sagen. Am Flughafen Zürich spielen Passagierflugzeuge eine deutlich grössere Rolle als reine Frachtflugzeuge. So haben wir insgesamt 1115 Frachtflugzeuge im Jahr 2022, von denen nur ein Bruchteil hatte, wo die Flugbewegungen ausgemacht haben. Aber ich möchte auch sagen, die allermeisten Passagierflugzeuge, die führen auch Luftfracht in ihren Frachträumen. Das ist wirklich so. Und in Zahlen gesagt sind das wirklich 99,4 Prozent von allen Linien und allen Charterflugzeuge am Flughafen Zürich. 2022 sind sogenannte Gemischtransporte gewesen. Das heisst, ich fasse zusammen. Mit insgesamt 216'600 Flugbewegungen ist der, der im Flughafengesetz vorgeschriebene Wert im Jahr 2022 um mehr als 100'000 Bewegungen deutlich, meine Damen und Herren, deutlich unterschritten gewesen. Unterschritten ist darum auch der Z4-Richtwert. Der Monitoringwert liegt mit 43'400 Personen, um rund 3'600 Personen unter dem Richtwert 2022. Und Sie sehen das an dieser Grafik. Die Zahl der Personen, die am Tag stark belästigt sind, beläuft sich auf 26'593. Und die Zahl der Personen, die in der Nacht im Schlaf stark gestört sind, beträgt 16'855. Und das heisst dann auch, dass Personen, die in der Nacht im Schlaf stark gestört sind, um rund 20 Prozent über dem Referenzzustand sind, was man in der Grafik hier auch gut sieht, abbildet. Und Gründe für wieder mehr Lärm als während der Pandemie, ich glaube, das ist auch klar, das ist natürlich die starke Erholung, auch wieder vom Flugverkehr und der Aufnahme der Reisentätigkeit. Weil es ist klar, wenn mehr geflogen wird, dann gibt es auch tendenziell mehr Lärm. Und der andere Grund dafür ist das internationale Flugnetz. Und das muss man sagen, das ist nach der Pandemie nicht so stabil, kann man sagen, fast immer noch nicht so, wie man es will, wie das vor der Pandemie gewesen ist. Wir haben international bedingte Verspätungen, die auf dem Tag, also während dem ganzen Tag, nicht mehr haben, nachher können, rechtzeitig wieder aufgeholt werden. Und Gründe für diese Verspätungen, auch international im Jahr 2022, sind dann vielfältig. Und ich möchte es nur mal an dieser Stelle sagen, wir haben am Anfang die Pandemie gehabt, die Pandemie ist aufgehoben worden. Und wir haben in der kürzesten Zeit von 15'000 zu 90'000 Passagiere am Flughafen gehabt. Dazu haben wir auch, zu diesem rasanten Anstieg, haben wir auch Streiks gehabt, sehr viele Streiks im internationalen Flugverkehr, Wetterphänomene, Personalmangel am Boden und natürlich auch in der Luft. Und nicht zuletzt, und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, nicht zuletzt ist auch das komplexe Pistensystem an unserem Zürcher Flughafen, hat einen Einfluss auf Verspätungen. Ich komme auch dazu noch zu sprechen. Zusammenfasst kann man sagen, dass der Monitoringwert vom ZFV auch 2022 unter dem Richtwert ist geblieben. Die Fluggesellschaften ersetzen ihre älteren Flugzeuge durch wirtschaftlichere und damit lärmarmer, ich kann auch sagen, CO2-neutralere Flugzeuge. Und das ist erfreulich, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen. Und das hat eine zunehmend positive Wirkung, auch zusammen mit den passiven Schallschutzmassnahmen, die wir ja ständig machen. Jetzt noch einige Zahlen. Zwischen am 11.00 Uhr am Abend und am 6.00 Uhr am Morgen sind rund 2'300 Flüge durchgeführt worden. In der Zeit zwischen 11.00 Uhr und halb 12.00 Uhr, wo der sogenannte bewilligungsfreie Verspätungsabbau vorgesehen ist, sind im Betriebsjahr 2142 Flugzeuge gezählt worden. Nach halb 12.00 Uhr sind insgesamt 204 Einzelbewilligungen für Flüge erteilt worden. Das sind Linienflüge oder das sind Charterflüge, die hauptsächlich wegen technischen Problemen oder widrigen Wetterverhältnissen bewilligt worden sind. Weiter sind es Ambulanzflugzeuge, also auch medizinische Notfälle und weiter sind es Vermessungsflugzeuge. Mein Amt für Mobilität hat das alles angeschaut, wie wir das immer machen. Wir schauen jeden Fall genau an und wir haben am BATZL vier von diesen Flügen als mögliche, muss ich sagen, mögliche Verstöße gegen die Nachtflugordnung gemeldet, weil die Zuständigkeit ist beim BATZL, der das prüft. Wir haben das aber gemeldet. Die Abweichungen der A- und der Abflugroute sind im Fall nicht zu verwechseln mit möglichen Verstößen gegen die Nachtflugordnung. 2022 haben wir insgesamt 4'600 Abweichungen von der Anflugsroute und der Abflugsroute gehabt. Und wenn Sie finden, das ist eine grosse Zahl, ich will das einfach relativieren, das sind zwei Prozent von den Gesamtflugbewegungen. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Zahl auf dem gleichen Niveau ist wie vor der Pandemie. Also es gibt kein Zusammenhang mit der Pandemie, dass man sich da irgendwie etwas verändert hat. Die Kriterien bleiben die gleichen. Und das hat bei denen keine nennenswerte Auffälligkeiten gehabt, die mein Amt festgestellt hat. Wir haben Stellungnahmen einverlammt, wie das immer so ist, zu allen. Und die haben zufriedenstellend beantwortet worden. Zum Beispiel, das sind Fälle, wie Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht genau eingehalten worden ist. Wir haben darum keine Meldungen an das BATZL machen müssen. Meine Damen und Herren, jetzt kann ich eine Flughöhe höher. Innovation und technische Fortschritte, das sind ganz klar die Schlüssel für die Dekarbonisierung, auch in der Luftfahrt. Und seit mehreren Jahren herrscht ja in der Luftfahrtbranche eine grosse Dynamik, auch in der Forschung und Entwicklung von neuen, nachhaltigen Technologien. Und ich freue mich, dass ich das da wirklich sagen darf, dass unser Home-Carrier, Swiss, will die weltweit erste Fluggesellschaft sein, die mit CO2-neutralen, synthetischen Treibstoffen fliegt. Und darum ist das Unternehmen Swiss auch bei Syntelion beteiligt, das ja Treibstoff herstellt. Und darum hat Swiss auch eine Partnerschaft mit Syntelion. Da ist sie eingegangen. Und auch bei den Flugzeugen, da tut sich einiges. Und das sehen Sie da auf der Grafik. Der Anteil der Flugzeuge mit Treibwerken der neuesten Generation hat sich seit 2018 verdreifacht. Also das ist ein rechtes Mengengerüst. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich sagen, wenn wir von einer Verdreifachung sprechen. Und ja, weil 2022 wieder viel mehr geflogen worden ist als 2021, gab es ja nun mal einen leichten Anstieg bei den Flugzeuge von den älteren Generationen. Aber ich möchte es ausdrücklich sagen, die Tendenz und die Richtung geht klar nach unten. Und die Tendenz von den neueren Flugzeuge geht klar nach oben. Und das ist wichtig, meine Damen und Herren, das ist wichtig. Weil die flotterne Neuerung ist kurz- und mittelfristig der wichtigste Hebel für weniger CO2 und weniger Lärm. Auch für das Einhalten des ZDFI. Und zum Abschluss von meinem ersten Teil möchte ich noch ein paar Worte, wie auch üblich zum Controlling von der Eigentümerstrategie, verlieren. Der Regierungsrat hat für insgesamt vier Bereiche strategische Ziele beziehungsweise Erwartungen vom Kanton Zürich an die Flughafen Zürich AG formuliert. Erstens hat er gesagt, als strategisches Ziel zur volkswirtschaftlichen und verkehrswirtschaftlichen Bedeutung vom Flughafen, dass das selbstverständlich erhalten werden muss. Zweitens hat er auch strategische Ziele im Umweltbereich formuliert. Drittens Unternehmensziel für die Unternehmensführung. Und viertens strategische Ziele für Beziehungspflege. Und ich kann es an dieser Stelle sagen, die Ziele sind allesamt erreicht worden, zum Teil auch übertroffen worden. Und darum ist der Regierungsrat mit der Geschäftstätigkeit der Flughafen Zürich AG auch sehr zufrieden. Und gehen wir durch das miteinander noch schnell durch. Die Ziele betreffen die globale Erreichbarkeit und die Erreichbarkeit innerhalb von Europa, wo der Flughafen Zürich im letzten Jahr übertroffen hat. Nach dem Forschungsinstitut BAC Economics befindet sich Zürich im europäischen Vergleich in Bezug auf die weltweite Erreichbarkeit auf dem siebten Platz und in Bezug auf die Erreichbarkeit innerhalb von Europa auf dem achten Platz. Und auch bei der Qualität hat der Flughafen Ziele erreicht. Beim sogenannten World Airport Awards vom Beratungsunternehmen Skytrucks hat sich der Flughafen Zürich weltweit auf den achten Platz platziert und in Europa auf dem vierten Platz. Und auch in dem Bereich Umweltschutz, Unternehmensführung und Beziehungspflege sind die Vorgaben erfüllt worden. Das ist mein Tour d'Horizon zum Bericht, also insbesondere auch ZFI und zum Bericht über die Eigentümerstrategie. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich darf am SIA von Skyguide, der dir Alex Bristol, das Wort übergeben. Vielen Dank, Carmen. Und geschätzte Damen und Herren, guten Morgen. Ich möchte Ihnen ein bisschen von der Flugsicherung erzählen und auch erklären, warum bei Nies verschiedene Sachen auch strebenswert sind in der Zukunft auf dem Flughafen Kloten. Zuerst aber vielleicht ein Wort zum oberen Lufträumen. In Europa ist die Schweiz und die Skyguide sehr, sehr wichtig. Wir sind da wirklich in der Mitte. Und da, wenn man die Verkehrsströmung, Verkehrsflüsse anschaut, sind die Hauptströmungen vom Nordwesten nach Südosten. Dann kommen wir von Nordosten nach Südwesten und ein bisschen vom Norden Richtung Süden. Sie kreizen sich alle über der Schweiz. Und sie kreizen sich nicht nur lateral, sondern auch vertikal. Weil da ziemlich viele Flugplätze rings um der Schweiz sind. Und da kommt das erste Prinzip von der Flugsicherung. Je einfacher, desto besser. Je einfacher, desto sicherer bin ich in der Flugsicherung. Und wenn man Kreizungen hat im Lufträumen, so oder so, wird es komplexer. Und Komplexität erhebt das Risiko. Und das Risiko muss immer mitigiert werden. Das ist unser Job. Das machen wir natürlich. Und ihr seht, wie wichtig, dass wir da jetzt in Europa sind. Wir haben auf der Westseite eine Flugsicherung, die zwar genug Fluglotsen hat, aber arbeiten diese nicht immer und streiken hin und an. In diesem Jahr über 50 Tage im Jahr, bis dato. Im Norden haben wir eine Flugsicherung, die nicht genug Fluglotsen hat. Und das schränkt alles ein. Das führt dazu, dass mehr Flugzeuge Richtung Schweiz kommen, weil es nicht klug Lufträumkapazität gibt im Norden und Westen. Es gibt auch Probleme für Kloten, weil es fährt zu Verspätungen und Verzägerungen von Bewilligung in den Lufträumen innen zu fliegen. Da wird sicherlich Oliver Buchhofer auch ein Wort dazu sagen. Wenn wir jetzt an den Boden kommen. Auf der linken Seite hier seht ihr eine Karte von einem Flughafen. Das ist nicht Kloten. So wird Kloten nicht uns gesehen. Weil das ist ein Flughafen, der parallel Pistenbetrieb hat. Wenn man da genau schaut, sieht man sechs Pisten, die parallel sind. Und die kann man, also jede Piste kann man von zweien Wegen brauchen. Also das sind zwölf Pisten. Wenn man parallel Betrieb hat, nehmen wir einfach hier an, dass man nach Westen anfliegt und Westen abfliegt, da in der Mitte, dann sind die Pisten unabhängig voneinander. Und diese Unabhängigkeit kreiert wenig Komplexität. Das ist super als Flugsicherung. Wenig Komplexität kreiert erherte Sicherheitsmarge und das haben wir gerne. Auf der rechten Seite seht ihr, wie das aber am Flughafen Kloten ist. Und da haben wir Pisten, die sich kreizen. Und diese Pisten sind gleichzeitig verfügbar. Das erhält die Komplexität. Und ich gehe vielleicht auf die nächste Folie, wo das sichtbarer ist, auf der linken Seite. Da sieht man ganz klar, wie das am Flughafen passiert. Man hat eine Piste, die Piste 14, also 14 und 32, das ist die gleiche Piste. Oben für rechts. Und dort tangiert die anderen Pisten nicht. Die ist quasi unabhängig. Mindestens am Boden ist sie eine unabhängige Piste. In der Luft ist das etwas ein bisschen anderes. Kommen wir dazu in zwei Sekunden. Man sieht aber gleichzeitig, dass die Piste 28, 10, diese Piste E, sich mit Piste 16, 34 kreizt. Und dieser Punkt E ist für uns das Hotspot. Das ist ein Risiko-Hotspot für die Skyguide und für die Flugsicherung. Und es gilt dann, das Hotspot natürlich und das Risiko zu mitigieren. Vielleicht an dieser Stelle sollte ich auch ganz klar betonen, der Betrieb am Flughafen Kloten ist sicher. Das ist ganz klar. Wenn er nicht sicher wäre, dann würde ich den Betrieb nicht erlauben, weil ich als Ultim Accountable bin der Skyguide, darf das nicht erlauben. Der Betrieb ist sicher, die Sicherheitsmargen sind aber zu vergräsern. Und das ist eine easy Anstrebung in den nächsten Zeiten. Die Sicherheitsmargen zu erheben ist auch etwas, das am besten und am einfachsten gemacht wird, wenn wir die Komplexität aus dem System übernehmen. Und da sieht man am Boden, da haben wir zwei Pisten, also zwei Pisten, die sich kreizen, in der Mitte hier an diesem Hotspot. Aber auch, wenn man auf dem 14 landet, zum Beispiel, jetzt bin ich am Fangenor, auf dem 14 landet und am Hauptblock hier, Terminal 1 oder 2, muss man gleich parkieren, dann muss man die Pisten auch überqueren. Und die Pistenüberquerung ist auch gekreift, auch Komplexität. Und das wollen wir so viel wie möglich vermeiden. Wenn man nach Heathrow geht, zum Beispiel, dort habe ich auch gearbeitet, Wenn man nach Heathrow ist, da kreizt man die Pisten sehr, sehr selten, weil alles verfügbar ist, Hand- und Abflug von einer von den zwei Pisten, die sie haben. Also da ist Kloten wirklich aussergewendlich, aussergewendlich komplex im internationalen Bereich, im internationalen Vergleich. Es ist nicht nur am Boden, wo man das dann sieht. In der Luft ist das genau gleich. Da haben wir nur ein Konzept, das Nord-Konzept, haben wir da genommen. Und da sieht man, in gelben Kreisen, wie viele Kreuzungen, dass es in der Luft gibt, bei diesem Konzept. Und jede Kreuzung, muss gemanagt werden, ist eine erherte Komplexität. Und wenn man so viel wie möglich von diesen Kreuzungen weg kann, dann erhält man eben die Sicherheitsmarge. Vielleicht noch, also Klammerbemerkung da, das Nord-Konzept ist uns das beste Konzept. Das ist am effizientesten zu kloten. Und in den letzten paar Jahren, wegen der Wetterbedingungen, haben wir das Nord-Konzept nicht so viel brauchen, wie wir in den Vorjahren konnten. Und das hat auch dazu geführt, dass es am Tag, die weniger effizienten Konzepte zum Tag kommen. Und das System kreiert Verspätung von sich selber. Wenn ich konkret ein Beispiel jetzt geben könnte, wir nehmen die Piste 28 an. Abflug von der Piste 28. Wenn wir das Nord-Konzept brauchen, dann landen wir auf der Piste 14. Also wir kommen von oben links und landen in die Richtung. Und die meisten Maschinen starten vom 28. Richtung Westen. Aber wenn das Flugzeug zu gross, zu schwer ist, dann müsste es von der Piste 16 starten. Und das kreiert mehr Komplexität im System. Also diese Komplexität müssen wir dann managen, das Risiko mitigieren. Und das kreiert aus dem System mehr Aufwand und verringert die Sicherheitsmarge bei uns. Eine längere Piste 28 zum Beispiel erlaubt uns, wir vielleicht fast alle Flugzeuge ab der Piste 28 fliegen und das nimmt uns zwei Hotspots weg. Erstens ist der Kreuzpunkt H auf der Piste, weil wir nicht mehr die Piste 16 gleichzeitig wie die 28 im Messe brauchen. und in den Lufträumen sind die drei Kreuzungen, also die die Kreise dort verschwinden. Also mit einer Verlängerung von der Piste 28 haben wir beim Abflug schon ziemlich viel an Sicherheitsmargen gewonnen. Und das gleiche gilt auch für Abflüge, weil bei Abflüge können mehr Flugzeuge auch auf der Piste landen. Und da sehen wir auf unserer Seite von Flugsicherung wie wir die Sicherheitsmarge sehr gut erheben können und das gleiche gilt für die Piste 32 im Fall. Ich brauche da einfach eine Piste als Bild für das Konzept. Das andere, was da auch wichtig ist, ist, wenn wir auf die Piste 28 landen, im Moment, das ist bei Westwind, das ist nicht ein normales Konzept, bei starkem Westwind haben wir eine Landungsrate, die deutlich tiefer ist als beim Nordkonzept. Beim Nordkonzept typischerweise kann man 36 Flugzeuge pro Stunde landen auf der Piste 14. Auf der Piste 28 sind wir eher bei 30 oder so irgendetwas. Aber die 36 Flugzeuge sind immer noch irgendwo im System in Europa. Das heisst, dass aus diesen 36 gehen 6 einfach in die nächste Stunde. Und in den Spitzzeiten gehen sie immer in die nächste Stunde. Und man sieht da ziemlich einfach, wie immer die Plätze in der 1-Stunde, in der 8-Stunde sind. Wegen System und will wir das nicht so effizient abwickeln können, wie das beim Nordkonzept der Fall ist. Also, wir haben auf dem Flughafen wegen der Komplexität auch eine mindere, geringe Fehlertoleranz, weil die Komplexität so hoch ist. Und das heisst auch, dass wir anfällig sind zu Stärungen, die dann viel regelmässiger zu Verspätungen führen, als bei anderen Flugplätzen in Europa. Das System selber kreiert für uns viel mehr Stabilität im Flughafen System. Es erläuft uns, wie gesagt, An- und Abflüge viel mehr auf einer Piste zu machen und das ist effizienter, es ist einfacher, es ist weniger komplex, das ist eine gute Sache. Ausnahmen führen zu Komplexität und das haben wir nicht so gerne. Und die Stärungsanfälligkeit wird verringert, das ist natürlich auch für das ganze System und für die Nachbarn des Flugplatzes auch eine Verbesserung. Und die Planbarkeit, die Berechenbarkeit des Systems wird natürlich auch erhächt. Und zum Schluss komme ich noch auf die Umwelt zu reden. Es hat natürlich auch Umwelt Auswirkungen. Wir können die Verzägerungen reduzieren, das heisst, dass in den Randzeiten, in den Nachtstunden viel, viel weniger geflogen werden müssen. Und die Gesamtbelastung weniger wird über Zeit. Und noch eins ist, wir auch noch ein bisschen Ausstoss sparen können bei einem Konzept. Denn von 28 kann man direkt Richtung Nordamerika fliegen, anstatt von 16 fliegen und so fliegen und unglaublich viel mehr Kilometer fliegen. Also für uns in der Skyguide ist der Betrieb sicher am Flughafen, es gilt die Sicherheitsmarge zu erhöhen und mit einer Pistenverlängerung ist das so möglich und für uns ganz wünschenswert. Mit dem bin ich fertig und ich würde gerne das Wort an Oliver Buchhofer weitergeben. Danke vielmals Alex für Regierungsretting herzlichen Dank dass ich die Gelegenheit habe aus dem Cockpit oder aus Betriebssicht der Swiss die ein Drehkreuz am Flughafen Zürich betreibt ein paar Einblicke zu geben und über die Komplexität des Flughafen Zürich werde ich auch noch darauf zu sprechen kommen. Grundsätzlich kann ich sagen die Swiss hat finanziell sehr ein erfolgreiches 2023 hinter sich aus betrieblicher Sicht aber gleichzeitig auch sehr anspruchsvolles und wir hatten es vorher von der Pandemie und dass die durch ist zum Glück aber natürlich in der ganzen Aviatik und Airline Betriebe sind die Auswirkungen von der Pandemie nach wie vor spürbar runterfahren kann man so ein System relativ schnell rauffahren braucht deutlich mehr Zeit und es geht nicht nur darum zu wenige Leute hat sondern auch wie eingeschliffen ist das ganze System wie gut laufen die Prozesse wie gut und wie erfahren sind auch die Leute die arbeiten schaffen wo hat sich das Jahr und insbesondere im Sommer bewegt wir haben natürlich auf Makro Ebene ein paar ganz grosse Einflussfaktoren zum Beispiel die geopolitische Lage mit dem Konflikt den wir im Nahen Osten sehen mit dem Ukraine Konflikt das hat einerseits Auswirkungen auf unsere Strecken dass wir gewisse Destinationen nicht anfliegen können aber beispielsweise hat auch der Konflikt in der Ukraine zur Folge dass der ganze Verkehr sich nach Westen verlagert und wiederum der weitere Verkehr noch mal weiter nach Westen was dann zu der Situation führt die Alex Bristol vorhin geäussert hat natürlich haben wir auch Kosten Themen mit Inflation mit dem Fuelpreis das ist etwa ein Drittel von unseren Kosten ist die Treibstoff und die Wettersituation und die ist sehr relevant auch am Flughafen Zürich wir haben etwa dreimal mehr Biesentäge gehabt das ist ein bisschen Ostwind also es ist nicht Schneesturm und Gewitter sondern ein bisschen Ostwind das hat aber massive Auswirkungen auf wie der Flughafen Zürich betrieben werden kann wir hatten ein paar unmittelbare Einflussfaktoren natürlich Personalthemen Luftraumkapazität auf das komme ich nachher noch generell Ressourcenengpässe Sie wissen sicher auch dass Ersatzteile Treibwerch knapp sind und wir haben auch das ist vorher angesprochen worden deutlich mehr Streiksituationen erlebt wir haben etwa zwei bis dreimal mehr Flüge annullieren wegen Streiks im Umwand wir fliegen etwa mit 90% der Kapazität von dem was wir im 209 also vor der Krise hatten das ist gegenüber dem 2022 noch mal etwa 20-25 Prozent mehr und vor dem Hintergrund und vor der extremen anspruchsfüllen Situation sind wir stolz darauf dass wir 99% Stabilität erreicht haben das heisst wir haben 99% von unserem Flugprogramm durchführen zu der Pünktlichkeit sage ich nachher noch gerade etwas aber das heisst es ist einer von 100 Flüge die wir mussten streichen das ist sehr sehr gutes Ergebnis und auch im europäischen Vergleich sind wir als Airline Spitzenreiter das war auch ein Fokus von dem Jahr wo wir weniger zufrieden sind ist mit der Pünktlichkeit die ist nicht dort wo man sie will aus verschiedenen Gründen einerseits natürlich gegenüber unseren Kunden die nicht zur rechten Zeit an ihre Destination an kommen die ihre Anschlüsse verpassen und ihr Gepäck nicht bekommen es verursacht aber auch sehr starken Druck auf das Personal auf die Leute die im Tagesbetrieb involviert sind weil man sehr reaktiv unterwegs man muss sehr kurzfristig disponieren es verschiebt sich immer mehr an Richtung Betriebsende und das gibt einen sehr starken Druck und natürlich wir wollen unser Flugprogramm pünktlich durchführen und nicht unnötig zu spaten Zeiten fliegen die Gründe für die schlechte Pünktlichkeit sind vor allem exogener Natur das sind Luftraumkapazitäten die eingeschränkt sind zum Beispiel wegen Wettersituationen zum Beispiel wegen fehlendem Personal bei der Flugsicherung nicht in der Schweiz muss man klar auch sagen sondern im europäischen Umland durch Streiks das führt dazu dass sogenannte Slots das sind vorgebene Abflugfenster zugewiesen bekommen im Flugbetrieb also dass man nicht dann fliegen wenn das Flugzeug parat auch gemäss Flugplan sollte fliegen sondern dass wir dann warten der Teil macht etwa 40% unserer Flüge im Durchschnitt zum Teil sind es bis zu 80% im Sommer haben eine Regulation wie man das nennen hatte zwei Drittel ist Umland also europäisch bedingt etwa ein Drittel hat aber etwas damit zu tun wie der Flughafen Zürich betrieben wird und welche Betriebskonzepte am Flughafen Zürich eingesetzt werden selbstverständlich muss die Pünktlichkeit besser werden wir haben auch schon für dieses Jahr sehr sehr viel gemacht und investiert wir das auch für nächstes Jahr machen das ist nicht nur ein Swiss Anliegen und ein Swiss Auftrag sondern das machen wir zusammen mit unseren System Partner kurzfristig zum Ihnen ein paar Beispiele geben optimieren wir wie viel Ersatzflugzeuge wie viel Ersatzpersonal wir einsetzen aber auch unsere Flugzeiten wann fliegen wir von wo nach wo wie viel Zeit hat wir von A nach B fliegen da werden wir noch mal einiges investieren auch in technische Systeme welche Flüge wir priorisieren wie steuern wir das Ganze und das klingt vielleicht ein bisschen exotisch aber spezifische Vorhersagen vom Wetter wie das macht noch was welche Betriebskonzepte das wir in Zürich haben das ist ein ganz wichtiger Teil langfristig und das ist wichtig auch zu wissen langfristig können wir die ganzen Themen aber nur lösen indem wir auch Assis-Systeme hinzugehen indem wir Da- und Abflüge haben wir glaube ich voreindrücklich gehört wie das in Zürich läuft und das ist einzigartig als Pilot der weltweit unterwegs ist so wie in Zürich erlebe ich sonst nie nicht wie geflogen wird das ist einzigartig da braucht es eine Entflechtung und auch die ganze flugbetriebliche Infrastruktur an der wir arbeiten da gehören Pistenverlängerungen unter anderem dazu jetzt bin ich noch mal ein Wort warum sind wir als Airline Swiss und als der nationale Carrier die ein Drehkreuz betrifft so betroffen von was für eine Infrastruktur am Flughafen tatsächlich herrscht wir betreiben wie gesagt ein Drehkreuz das heisst wir machen Anbindung von der Schweiz an die Welt wir fliegen 21 interkontinentale Destinationen an täglich und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Volkswirtschaft Tourismus Fracht Wirtschaft generell und wir fliegen mehrmals täglich in die europäischen Metropolen meistens morgen mittag und abend und damit das geht das funktioniert wie am Flughafen also quasi wie am Hauptbahnhof vor der Stunde kommen alle Züge an dann wird es quasi verteilt und nachher verteilt sich das dann wieder auf die verschiedenen Destinationen so ist die maximale Konnektivität eigentlich geben und jetzt ist das wenn die Betriebskonzepte zur Anwendung kommen unterschiedlich viel Kapazität die da tatsächlich im System drin ist und das führt dazu das ist wenn sie am Hauptbahnhof so mittag mal vier Gleis weg nehmen dann gibt es ziemlich durch Kulernan darum wir sind darauf angewiesen dass einerseits das Wellensystem so geflogen werden kann dass wir auch die Betriebszeiten haben es braucht eine gewisse Zeit dass wir an europäische Destination machen wir dreimal am Tag können hinfliegen und wieder zurück Paris ist vielleicht gerade um die Ecke aber zum Beispiel in die skandinavischen Länder braucht es einfach eine gewisse Zeit solange man nicht überschallfliegt dauert das eine gewisse Zeit und damit man das überhaupt machen kann brauchen wir die Betriebszeiten und natürlich möchten wir dann fliegen wenn man kann wir brauchen aber auch Kapazität dass wir in diesen Wellenspitzen auch wirklich Kapazität abwickeln und das Ganze muss eben so stabil wie möglich sein sodass wir das Drehkreuz effizient betreiben und damit auch die weltweite Anbindung täglich sicherstellen Ein Punkt ist mir noch wichtig ZWIS richtet ihr das Netz aus auf die Bedürfnisse der Schweiz also wir fliegen nicht irgendwo weil wir das Gefühl haben besonders viele Leute wollen von irgendwo auf der Welt an einen anderen Ort sondern unser Netz richten wir auf Bedürfnisse der Schweiz aus aber natürlich dass das täglich möglich ist braucht es auch den Umsteigerverkehr und darum braucht es auch das Wellensystem jetzt warum ist die Pistenverlängerung relevant und das ist nicht die absolute Lösung für alles aber es ist ein wichtiges Element um den Betrieb zu stabilisieren und da möchte ich Ihnen ganz kurz noch Einblick geben was passiert eigentlich in einem Cockpit wenn wir irgendwo starten oder landen wir machen jedes Mal eine sogenannte Startberechnung oder eben eine Landeberechnung und logischerweise braucht grundsätzlich ein grösses Flugzeug oder ein schweres Flugzeug eine längere Piste wie ein leichteres oder ein kleineres Flugzeug das ist aber nicht abhängig sind es Kurzstrecken oder Mittelstrecken oder Langstrecken Flugzeuge sondern jeder Tag ist das anders auch wenn es in dem Sins gleiche Flugzeug ist manchmal ist mehr Treibstoff geladen manchmal sind mehr Passagiere geladen es gibt was sehr relevant ist was ist für Wetter ist Piste nass ist sie trocken hat sie Schnee drauf wo kommt der Wind her was ist für eine Temperatur das ist alles Sicherungen eine Anfrage stellen ob wir nicht andere Pisten nutzen und je länger die Pisten sind desto mehr Flugzeuge können sie brauchen und desto stabiler werden wie vorhin Alex Pristel erklärt hat die ganze Betriebskonzept in Zürich ausgerichtet ist das auf das Standardkonzept es gibt noch das zweites das Ostkonzept und das würde davon profitieren dass das deutlich häufiger quasi standardmässig auch als Piloten genutzt werden wird der ganze Betrieb stabiler es gibt auch eine höhere Marge und insbesondere wenn wir nicht noch mit Umweg fliegen an andere Pisten hinfliegen noch zwei Pisten mehr kreuzen dann stossen wir auch weniger Schadstoff aus also es ist auch aus Sicht der Umwelt deutlich nachhaltiger ja das vielleicht so der Einblick aus der Swiss Perspektive und unserer Piloten Perspektive warum eben glaube ich auch am Flughafen in Zürich noch einiges zu tun ist aber auch der Zusammenarbeit sehr sehr wichtig ist um die Herausforderungen zu meistern die man tagtäglich sieht zu tun vielen dank her alex bistel her buch hofer für die ausführungen sie haben es gehört also system von kreuzenden piste mit kreuzigspunkten und zwar am boden und in der luft muss es einfach gesessen an beiden orten die kreuzige das ist sehr sehr anspruchsvoll als resultat ich möchte noch mal verinnerlichen von einer sicherheitsüberprüfung 2011 aufgrund eines vorfalls hat das bundesamt für zivilluftfahrt gefordert dass die sicherheitsmarsche am flughafen Zürich erhöht werden und zwar unter anderem das ist nicht die einzige massnahme muss ich sagen da gibt es noch ganz viel aber unter anderem durch Verlängerung der Piste 28 um 32 weil das muss ich schon sagen bei so anspruchsvollen flughafen wie wir in Zürich loten haben bei so anspruchsvollen flughafen ist sicherheit glaube ich das höchste gut da sind wir auch allen geschuldet und auch der zürcher regierungsrat er will auch in zukunft einen attraktiven flughafen er will einen zuverlässigen flughafen er will einen stabilen flughafen und er will vor allem auch einen sicheren flughafen und darum sind aus der Sicht der zürcher regierung die verlängerungen der beiden Pisten wichtig weil sie eben zu einem maßgeblichen Sicherheitsgewinn führen zur verbesserten betrieblichen stabilität wir haben das gehört zu mehr pünktlichkeit und damit natürlich auch zu mehr nachtruhe weil Pistenverlängerungen wirken sich vor allem am Tag aus und sollen ja dann die nachtruhe verbessern es gibt berechnungen der EMPA die zeigen dass über den ganzen kanton betrachtet Fluglärmbelastung durch Bistenverlängerungen sogar leicht zurückgeht und ich sage es auch an dieser Stelle deutlich Pistenverlängerungen sind kein Kapazitätsausbau Pistenverlängerungen ändern nichts am heutigen Betriebsreglement und darum wird mit den Pistenverlängerungen auch nicht mehr geflogen auch das will ich noch mal sagen sie wissen es gegen die Vorlage ist das Behördereferendum und das Volksreferendum ergriffen wurde und Zürcherinnen und Zürcher dürfen am 3. März über die Pistenverlängerungen abstimmen und damit wären wir am Schluss von unseren Ausführungen ich hoffe für sie sind es interessante Ausführungen gewesen und wir stehen Ihnen selbstverständlich sehr gerne noch für Fragen zur Verfügung Ja Frau Minor Guten Morgen ich habe schnell eine Frage zum ZFI der ist ja jetzt rasant angestiegen es sind nur noch 3600 Personen unter Grenzwert ob das knapp oder deutlich unterschritten ist über das können wir diskutieren aber die Frage ist wie sehen Sie die Entwicklung also wird ZFI das Jahr überschritten wird ZFI das nächste Jahr überschritten und was ja wie schätzen Sie das ich kann Ihnen natürlich nichts endgültig sagen weil dieses Jahr wir ja den ersten in der Aufarbeitung sind 2023 dass im 2023 mehr geflogen worden ist haben gab alle gemerkt das wird zu Veränderungen führen und das werden wir auch entsprechend nachweisen ich möchte aber zurückwerfen was Sie gesagt haben nur noch knapp unter dem index mit hunderttausend bewegungen sind wir deutlich unter dem floglärm index im 2022 einfach damit wir bei den Fakten bleiben weil wir im 2022 natürlich auch noch die pandemie hatten ich möchte das auch sagen was der Grund ist es sicher auch die pandemie von da her gesehen insgesamt wird der ZFI das haben wir in unserem Bericht wo wir das Postolat hatten zum ZFI und mit ARGWIS insgesamt wird der ZFI sinken wir gehen sogar davon dass im 2030 der ZFI eingehalten das können Sie nachlesen das ist alles dokumentiert von der Regierung und der Grund dafür ist die Erneuerung der Fahrzeugflotte das habe ich immer gesagt der grösste Hebel bei dem grossen Bevölkerungswachstum wo wir im Flughafen haben alle leben an dem Flughafen auch in die Flughafenregion das muss ich sagen wir sind als Kanton Zürich attraktiv und trotzdem schaffen wir die Trendwende beim ZFI wegen der Flotternerneuerung weil die Erneuerung der Flugzeug zu deutlich leiserer Flugzeug führen was man übrigens auch schon feststellt in den letzten Jahren und wenn die Flotternerneuerung festhalten was sie macht ich habe noch nie etwas anderes gehört und das freut mich auch wenn sie an dieser Flotternerneuerung festhalten und wirklich die Bestellungen und die Flugzeuge auch kommen dann werden wir etwa 20 30 ZFI gehalten haben und das zeigt wie ein Gesamtsystem funktioniert oder nicht funktioniert und die Zielsetzung liegt bei 70 oder 80 Prozent Pünktlichkeit wir sind ein deutlich ein zu erreichen es sind exogene Faktoren die dafür verantwortlich sind nicht nur das will ich an dieser Stelle auch gesagt haben da es auch Themen selber drin namentlich Abfertigungskapazitäten aber auch gewisse IT Dispositionssysteme am Flughafen die dazu geführt haben Sicherheitskontrollen Grenzkontrollen all die Themen die wir in diesem Sommer gesehen haben also es sind verschiedene Faktoren innen fliessen wir sehen es natürlich klar als unseren Auftrag gegenüber unseren Kunden aber natürlich auch gegenüber der Bevölkerung im Kanton Zürich dass wir pünktlicher werden da gibt es gewisse Massnahmen die wir machen können das werden wir auch zusammen mit den Partner aber man muss auch am System arbeiten das ist ganz wichtig ist das etwas Neues oder ist das auch schon mal vor in den letzten 5 Jahren grundsätzlich schwankt natürlich über den Tag an Tagen wie jetzt über Wochenende wenn Schnee hat dann reden wir von 15% 20% Pünktlichkeit das sind aber natürlich dann wirklich ganz spezielle Bedingungen ich glaube im Quervergleich mit anderen europäischen Airlines ist das nicht einmal so also relativ gesehen nicht einmal so schlecht in Anführungs und Schluss sagen die Frage ist aber was wir als Premium Carrier und als Swiss uns zum Ziel setzen und da ist klar das Ziel deutlich besser zu werden bei den nächsten Jahren das haben nicht nur wir selber in der Hand darum brauchen wir alle die mit arbeiten aber wir wollen besser werden das ist nicht das Ziel dass wir über die nächsten Jahre mit 60% Pünktlichkeit unterwegs das kann der Herr Buchhofer vielleicht nicht sagen aber das sage ich jetzt international gesprochen macht sie einen guten Job auch wenn man selbstverständlich muss besser werden und Pünktlichkeit gerade für Schweizerinnen und Schweizer ja unglaublich wichtig ist wir übrigens auch als ÖV Ministerin das ist ein hoches gut nichtsdestotrotz möchte ich einfach wirklich an dieser Stelle darauf hinweisen die Luftfahrt international ist nur nicht dort wo sie vor der Pandemie war wir leiden immer noch unter dieser runterfahrung vom System und wieder vom System rauffahren wir haben das erklärt und an dem können wir wenn wir in der Schweiz arbeiten das schaffen alle Partner aber kommen sie nicht allein als Land das sind wir auch angewiesen dass wir international stabilere Situationen überkommen vielleicht noch eine kleine Ergänzung wir haben das ja vor allem den Fokus auf die Stabilität also dass der Flugplan durchgeführt wird auch geleitet das ist ganz wichtig das wissen wir auch von unseren Kunden für sie ist wichtig dass der Flug stattfindet natürlich auch pünktlich darum wir wollen gleich stabil sein und auch pünktlicher aber nicht sagen wir sind pünktlich und dafür streichen wir mehr flüge das kann nicht der Weg sein wie wir in Zukunft gehen dort ist der Fokus gelegen auch für unsere Kunden zum ZDV sind 96,8% von den stark belästigten Personen im Kanton Zürich wo sind die anderen abhängig von dem entsprechenden Verlug-Konzept sind sie sehr unterschiedlich aber das gebe ich gerne dem Fachmann Markus darf ich dir ein Wort geben die anderen die betroffen sind wir haben natürlich Richtung Aargau gewisse Anflugroute wo zum Beispiel Schliemann Tal tangiert werden dann im Anflugbereich haben wir Richtung Durgau an gewisse Betroffene und Süddeutschland ist natürlich ein bisschen betroffen von den Anflug bereichen also das ist so etwas Mengengerüst wie gesagt Fluglärm wird primär von Zürcher der Krieg Zeit Danke Dann haben Sie noch mal eine Frage Ja Herr Buchhofer Es ist zur Sprache gekommen dass Swiss künftig CO2 neutral fliegen gibt es einen Zeitpunkt der festgelegt ist bis 20 50% Reduktion von unseren CO2 Emissionen gegen 20 19 und bis 2050 CO2 neutral Merci Entschuldigung dass ich Sie nicht gesehen habe in den Säulen Ja bitte Ich habe eine Frage bezüglich der Qualität des Flughafens dort sind Ziele 8. und Vitterung für den Flughafen es ist 8. und 4. Ich verstehe schlussfolge ich nicht kann Sie sagen die Ziele erreicht auch wenn ich vorgesehen wenn meine Leber hätten manchmal auch so aufgegriffen Das ist eine reine rechnerische Betrachtung aber da gebe ich auch das Wort gerne weiter Zielvorgabe ist oder also 8. oder 3. und nicht und also es ist nicht kumulativ sondern es muss eines von den zwei Zielen sind Qualitätsdien wir arbeiten gut mit dem Flughafen zusammen wir sind stolz auf unseren Hub ist das für Sie gut haben Sie keine Fragen mehr dann frage ich nur mal die Runde und ich hoffe ich sehe alle in diesem Fall scheinen keine Fragen mehr rum zu sein dann freuen wir uns dass wir alles haben beantworten und Ihnen spannende Berichte geben vielen Dank für Ihr Interesse für die Teilnahme an der Medienkonferenz da und auch online und dann wird die Konferenz geschlossen Merci und dann bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten Vielen Dank. Vielen Dank.